Ja, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Fortnite Skin Gameplays mit mir dem entgleich. So Leute, Epic Games hat uns einen Creator Code gegeben. Ihr könnt ihn eintragen unten rechts im Item Shop sofort U gleich TTV, dann auf Annehmen drücken. Das unterstützt uns sehr und ihr zahlt keinen einzigen V-Bag drauf, sondern unterstützt uns kostenlos. Und ich würde sagen, viel Spaß mit dem Video. Ja, und was haben wir da gefunden? Die Kaugummi-Bomberin, die gerade neu im Shop ist. So, und was sehen wir da auch noch? Diese neue Picke. Ja, ein relativ großes Teil hier. Ja, leider ist sie nicht ins Spiel mit eingetreten, sondern ist auch gleich schon in der Lobby verschwunden. Wir lassen das Ding jetzt einfach mal ein bisschen laufen. So sieht das dann aus. Machen wir mal hier, wie sich das aufbläst. Aber es platzt nicht. Habt ihr es gesehen? Es hat irgendwie, es ist nicht geplatzt. Aber ihr habt das Geräusch gehört. Ich mache jetzt extra keine Musik rein oder sowas. So, jetzt jumpt sie da noch ein bisschen rum. So sieht das dann aus. So sieht das dann aus. Ja, jetzt haben wir es hier auch noch mal ganz, ganz langsam. Und hat man eben gerade gesehen, dass die Bälle sich oben bewegen da drin. Ja, jetzt sieht man, dass die Bälle sich bewegen. In diesem Teil. Habt ihr es gesehen? Da kullern sie da oben drin, die Bälle. Okay. Aber lass ich das Ding jetzt auf... Ah, doch, jetzt hat sie es aufgepumpt. Jetzt hat sie es aufgepumpt. Und jetzt müsste es ja eigentlich danach platzen. Ja, genau, jetzt ist es geplatzt. Jetzt sieht man es auch richtig schön. In dieser Wiederholung. Wie sich aufpumpt. Und wie das Ding platzt. So. Ja, wenn es euch gefallen hat, lasst mal bitte einen Daumen nach oben da. Schreibt was in die Kommentare. Abonniert den Kanal. Und schaltet es nächstes Mal wieder ein, wenn es wieder heißt. Fortnite. Gameplays. Skin Gameplays. Mit mir, dem man gleich schaut rein. Macht's gut. Bis dann. Und tschüss.